Hallo, hier ist Martin von Meine Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag den 23.09.2024 und am Freitag ist unser DAX hier ein gutes Stück die Garten runtergerutscht, krallen schön rein und tief runter. Wir hatten uns für den Freitag vorbereitet, dass wir im positiven Szenario gesappt hatten, dass unser DAX auf jeden Fall sehr gute Chancen gehabt hätte, wenn er einfach über eine 89 weiter nach oben treibt, sogar in den Squeeze reinzugehen, in den 91.50, 92.20, auch weil die Leute so angespannt waren und eigentlich auch immer noch sind, das ist erstaunlich, angespannt waren, angespannt sind, haben gesagt, kann er locker hier oben eben weiter über die 1954 rausgehen. Wir hatten auch gesagt, da müssen wir jetzt nicht zwangsweise erst eine 1954 nach oben umlegen, sondern mir würde es schon reichen, wenn er von einer 18.69 einfach nach oben treibt oder eben noch den Bereich um 9.20, 8.80 als Support quasi benutzt, um dort auftreten. Das waren die positiven Szenarien, da entweder direkt frontal hochstatten oder eben noch den Schwunghull über die 9.20, 8.80 zu machen, dann eben wieder hochtreiben und hatten gesagt, er hätte dann Chancen bis 1.50, 2.20, war mein favorisiertes Szenario. So nicht eingetreten, die Alternative war, hat man gesagt, wenn die 8.80 unterrissen wird und er zurückfällt unter 8.80, dass er sich dann auf eine 800 und auf eine 7.35 hier den Gapdus zurückwerfen würde, um dann eben erst am Montag wieder zu steigen. So war das ein negative Szenario und das hat er eigentlich sehr gut ausgespielt. Wir sind runtergerutscht, haben die 8.80 gerissen, eigentlich auch ziemlich zügig, 9.20, 8.80 durchschlagen. Der hat ja gar nicht viel Interpretationsspielraum gelassen, das long zu interpretieren, auch wenn es der eine oder andere natürlich ein bisschen davon gecatcht war, dass ich das favorisiert habe auf der Oberseite, aber es gehört ja dazu. Ich musste, ja, das wird gewünscht, ich wollte das, dass ich auch meine favorisierten Szenarien eben mit reinspreche und nicht jeden Tag bloß sage, okay, aufwärts, unten, da ist das, sondern es ist ja so gewollt und nur hat es mal nicht geklappt, muss ich auch mit klarkommen, dass man mir dann sagt, war scheiße, war halt scheiße. Ja, ich habe es favorisiert, so nicht gekommen, aber trotzdem hat es das negative Szenario sehr gut ausgespielt, haben auch im Premium-Dienst das relativ zeitig begriffen, haben auch, ich habe auch gleich früh im Chat schon eine Mahn, einen Finger hochgehoben, als die Ersten gesagt haben, ja, Martin, du hast ja so recht, ich beende jetzt meine Shorts, wo ich gesagt habe, warum das denn jetzt, weil jetzt macht er doch genau das, was wir besprochen haben, was der Markt machen muss, um nach unten zu fallen. Gleich früh am Morgen, ich weiß gar nicht, war, glaube ich, kurz nach 9 oder kurz vor 9, da hatte da schon jemand geschrieben, ja, Martin, du hast ja so recht, ich beende jetzt meinen Shorts. Und so war es ja nicht gemeint, nein, es war nicht gemeint, dass ihr grundsätzlich den Shorts sollt, sondern versuchen sollt, mit dem Markt zu handeln, mit den Signalen, damit es eben nicht dazu läuft, dass man immer Ewigkeiten des Minus aussitzt, bis man irgendwo an so einen, ich sage mal, kritischen, psychologischen, instinktiven Punkt kommt, wo einen der Markt dann versucht, rauszudrängen, ja, und das ist hier oben klar der Fall gewesen, die haben mich ganz viel angeschrieben, so nach dem Motto, da brennt ein bisschen die Luft und die brennt immer noch bei denen halt, wenn der jetzt wieder hochdreht, brennt die sofort wieder, weil das noch nicht reicht, um für die aus der Position rauszukommen, dann müsste er schon ein bisschen weitergehen, aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Wichtig ist das erste Mal, er hat sich die Runden runtergelegt, wir hatten dann einen Update dann sogar geschrieben, 880 wäre jetzt ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wenn er den von dort nämlich einfach wieder runterdreht, neul Tagessicht macht, dann kommt da auch noch mehr, da geht es noch bis zum Gap los und so hat er es letztendlich dann gemacht, hatte sogar nochmal so einen Schlenker drin, mit so einem kleinen Zwischentief, war relativ fies angesetzt, dann wollte unsere Elisa dann short, die hatte ich dann aber gesperrt, weil ich gesagt habe, der kommt bestimmt nochmal in die 880, 29, der probiert das bestimmt nochmal und dann hat er es aber wieder nicht hingekriegt, sich wieder abgewehrt, dann 80 und dann tatsächlich hier noch die 735 angespielt, ja und wie gesagt, die Analyse vom Freitag hat er ja im negativen Szenario sinngemäß gesagt, er legt sich dann auf die 735, am Freitag geht er unten seitwärts raus und steigt zum Montag wieder und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, den wir mitnehmen müssen, denn der hat es hier nicht schwer, die Tageskerze sieht zwar potessig aus, das ist super geil, also es sieht nach einem perfekten Short aus, ja, also schöner könnte es kaum sein, guckt man jetzt aber nach links, fragt man sich so ein bisschen, ja okay, hier hat man schon mal so etwas ähnliches, vom neuen Hoch weg, so eine fette rote Tageskerze, da ist auch nicht viel draus geworden, die hat er zwar nochmal verdoppelt gekriegt, jetzt ist die hier das gleiche nochmal, aber schon deutlich kleiner in der Ausprägung, boah, das Einzige, was mir hier, wir haben gestern oder am Freitag in der Analyse gesagt, wenn er unter die 880 fällt, kann ich denen, die hier schief drinnen sitzen, ein bisschen Hoffnung zusprechen, das kann ich hier auch gewissermaßen, weil wir einen Abwärtsskip gesetzt haben, was noch offen ist und sowas kann der DAX durchaus ausnutzen, um dann nochmal ein bisschen was zu spielen, dennoch gefällt mir nicht, dass er jetzt mit 9 hoch, das gleiche nochmal probiert, was er jetzt hier gemacht hat, ja, nochmal abspielt und aber weniger Wumms drinnen hat, also, ähm, würde fast vermuten, dass er das eben wieder nicht steht und sogar jetzt noch früher dreht, wie er es hier gemacht hat, aber wir gehen es jetzt im Detail durch, also, Fakt ist, wir sehen jetzt hier erstmal Supportniveau ist im Bereich 700, wir sehen hier in der 6, was ist denn das, so 640, da kommt die Kanalkan, wir gucken mal kurz, ob wir die im 2-Stunden-Chart auch drin haben, nee, haben wir aber nicht, hier sehen wir aber auch auf 640 im Supportniveau, ähm, was sich hier bis in die 600 runterzieht und hier würde ich schon sagen, das wäre für den Montag definitiv die nächste Station, wenn unser DAX tief reinarbeitet und sich auch unter einer 700 etabliert bekommt, gehe ich gar nicht mehr so davon aus, dass die 670 wichtiger wird, sondern eher so der Bereich um 640 bis 600, das jetzt nochmal Support, ähm, der nochmal verteidigt werden kann und dann wird es ganz, ganz, ganz wichtig, die 700 wird jetzt für uns die Verteidigungslinie von unten, also auch an die Leute, die im Premium drin sind, das, was wir mit der 880 hatten, hier oben am Intraday, also im Freitag drin, das wird jetzt die 700 quasi über den ganzen Tag, ähm, sollte der unter die 700 gehen und der Verteidigende 700 nach unten, von unten kommt, darf man das eigentlich als Short-Bestätigung sehen und würde ihm unten raus nochmal frei, ja, Freifahrt geben, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber würde ihm nochmal Chancen einräumen bis zur 640, 600 und da auch nochmal drunter und dann sollte man aber nochmal ganz genau hingucken, weil das ist so dieses typische Stop-Loss-Wegholer-Niveau, von dem man sich dann wieder hochdreht, also wenn er, wenn er hier unter die 600 bloß kurz runterramt und er fängt direkt wie ein Doofer an, nach oben hochzuziehen, kann das gut aus, gut sein, dass er dann relativ zügig auch wieder zu 800 hochmarschiert, ja, da wäre ich hier noch vorsichtig, das ist erst die rote Tageskerze vom Allzeithochweg, ähm, da sollte man vielleicht noch ein bisschen Deckel drauf halten, positiv für, ähm, negative Szenarien wäre auf jeden Fall, die ist weiterhin ein schwacher Quartal, der statistisch schwache September, der ja grundsätzlich auch eine Abwärtsbewegung begünstigen würde, äh, dagegen spricht aber, dass wir es momentan halt überhaupt nicht drinnen sehen, ja, das ist immer wieder aus allem, was er hier nach unten probiert, nach oben hochgezogen wird und da setze ich auch den Knackpunkt jetzt für den Montag, wenn der uns hier über die 67 drüber macht wieder, ähm, kriegt er von mir die volle Route nach oben durch, also ein bisschen den Gap Plus rein, ja, ähm, über 67, mir wäre wichtig, dass ich das dann auch nach 9.30 Uhr sehe, also mir wird es nicht gefallen, wenn er früh so zum Cetra-Start plus drüber startet, ja, plus zum Cetra-Start über eine 67 drüber und dann auf neue Tagestiefs danach direkt fallen, äh, unter eine 700 fände ich eher negativ, ja, wenn wir sowas sehen, 9 Uhr Start über eine 67 und er fällt dann unter 700, wäre für mich negativ, würde mich begünstigen in die 6, äh, 40, 600 rein, fällt eine 600, geht weiterer Raum auf, sofern das eben nicht direkt nach oben wegzerrt, bis kann man fast die Linie anpeilen, 4, 4, 4, 80, 500, ja, ähm, das, das sind so die Stationen auf der Unterseite und wie gesagt, geht er hier drüber, hätte er Platz bis in eine, locker in eine 8.50 rein nochmal, ja, und die 8.80 wäre dann jetzt nicht mehr, äh, als Widerstand zu werten, da kommt er jetzt zu tief von, die würde dann wahrscheinlich durchlaufen und dann hier oben aufs Gap gehen und wenn er das zum Montag schafft, das Gap da oben wieder zuzumachen, es wäre bald fast ein bisschen untypisch, ja, typischer wäre, wenn er den Montag als Aufbautag nimmt, hier unten einfach rumstochert und dann den Dienstag durchjagt, durch die 800, ja, also er würde sich dann zum Montag wahrscheinlich mit einer grünen Tageskerze hinstellen, würde vielleicht hier unten nochmal kurz drunter tippen unter die 700, ähm, hochreißen, vielleicht sogar mit einem Abwärtsgap reinkommen und hochdrücken und dann oberhalb von 67 aus dem Handel gehen, also wenn wir sowas am Montag sehen, könnte die Dienstagsanalyse eigentlich von selber sprechen, weil die hätte dann den Gap-Kluss zum Ziel, ja, und so muss ich sagen, auch wenn die Tageskerze hier als wie eine schöne Short-Vorlage aussieht, ist es immer noch eine rote Tageskerze außerhalb des Abwärtstrends, ähm, ja, es ist ein abverkauftes Hoch, ja, wir haben einen Abwärtsgap, ja, wir haben sie so eine schwache Zeit, also es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist 50-50, es hat sogar einen leichten Touch nach unten, aber ich denke fast, er dreht sich trotzdem wieder nach oben, weil die Anspannung bei den Leuten eben auch noch da ist, er hat die noch nicht freigelassen, er hat sie noch nicht raus, weil die Shorts teilweise tiefer stehen, wesentlich tiefer sind eher in dem Bereich alle aufgebaut worden, die sind jetzt hier schon nicht davon gekommen, jetzt wurde nochmal auf dem Hoch gestellt, auf dem Hoch sind die Nerven bei den meisten dann deutlich blanker gewesen, als das hier in dieser Schockstacher der Fall war, ja, der Markt hat die Leute hier aufgegabelt auf der Short-Seite und dann haben sie die ganze Zeit immer nur zugeguckt und das nicht so richtig realisiert, was da eigentlich passiert, dann ist der Markt runtergekommen, die Leute haben sich ein bisschen entspannt, sich darauf vorbereitet, dass sie wieder davon kommen, ihre Shorts wieder rauskommen und dann ist sie wieder aufgedreht und noch ein neues Hoch und das hat bei vielen jetzt so ein bisschen die Nervosität kommen lassen, jetzt ist so ein kleines Entspannungssignal da, aber ich denke, wenn der Montag, Dienstag sich wieder auftritt jetzt hier, vielleicht hier noch einen Fuß in eine 640 reinstellt oder was und dann schon wieder anfängt hochzuziehen, über der 67 schließt, könnte ich mir sogar diesen Monat nochmal ein neues Hoch vorstellen, dass er dann nochmal hochdrückt und einfach die Leute noch rausnimmt, die da jetzt so angespannt sind, weil das macht er einfach üblicherweise, das ist typisch, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wir hatten gestern im Video auch, glaube ich, gesagt, dass, nee, habe ich gesagt, dass wir uns unter 80 und Short orientieren wollen, ich glaube, will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen, vielleicht, nee, ich glaube, ich habe es gar nicht erzählt, ja, aber unter 880 hat er ja hier das negative Szenario gekriegt und hier kann man schon sagen, das negative Szenario wäre hier tatsächlich dieses 700, wird die 700 nach unten verteidigt, ist es grundsätzlich auch möglich und ich will nicht sagen ratsam, ratsam ist außerhalb eines Abwärtstrends vielleicht das falsche Wort, aber unter 700 nochmal ein bisschen Short zu probieren, ist durchaus machbar. ist drin, ja, ich spiele das hier aus, geht hier bis in eine 540, 580, kann ein Pullback von unten an eine 700, perfekter Ausgangspunkt für sowas sein. Ja, und das wäre so ein bisschen das negative Szenario für den Montag, wie gesagt, ich kann nur beide Seiten beleuchten, auch ein bisschen sagen, wo meine Tendenz hingeht, stelle euch dennoch die Szenarien so aus der technischen Sicht, ich versuche es schon, so neutral wie möglich, auch wenn ich das eine oder andere vielleicht euch zuliebe, dann mal übergewichte, weil es ja auch so gewollt ist, wollen die einen oder anderen wollen, also eigentlich die meisten wollen, glaube ich, dass ich auch sage, wo ich eher denke, dass es hingeht und ich würde denken, wir kriegen hier unten einen Stich jetzt rein, er stabilisiert sich und schließt sogar über der 67, könnte ich mir für den Montag gut vorstellen. Wie gesagt, jetzt Gap Close zum Montag, das wäre gar nicht so typisch, dass er das so anstürzt, eher, dass er den Montag zum Aufbautag nimmt und das dann Dienstag macht. Und jetzt hier einfach noch ein bisschen reinsteigt. Wenn er natürlich mit dem Aufwärtsgap schon über 800 reinkommt, dann ist das realistisch, da oben in die 89 reinzustoßen, oder 69 oder wo das Gap war, muss er auch erst mal machen. So kommt er eher hier unten rein, glaube ich, werden wir nochmal ein neues Tief sehen und das neue Tief, das wird dann halt sinnbildlich dafür. Wie reagiert er, wie nimmt er die 700 von unten an, durchläuft er, die von unten kommt, dann ist der Druck schon mal gar nicht so groß. Wenn er einfach durchsteigt und über eine 67, dann ist da gar nicht so viel Abwärtsdruck mehr drin und dann würde er sich irgendwie stabilisieren und dann doch wieder hochdrehen. Das wäre, was ich verversieren würde. Aber trotzdem kann man probieren unter 700, wer hier auf der Short-Seite unterwegs sein will. Der sollte da unter der 700 sein Glück probieren. Gut, lassen wir so. So, Marken sind, denke ich, klar, schön abgrenzbar, macht was draus, viel Erfolg, gutes Gelingen und denkt trotzdem ans Risikomanagement. Ich weiß, viele denken, die sind jetzt, ah, was hat er hier erzählt jetzt am Freitag, ähm, äh, hat das super geklappt, ja, aber trotzdem geht in euch. Das ist, man sollte immer so traden, dass der Markt einem nie an die Wäschekanten, nie Zugriff hat, einen zu nullen oder richtig, richtig eine zu verpassen. Dafür sollte man seine Position einfach kleiner setzen, dass sie eben einem nicht wehtun, einem nicht das Genick brechen können und der Markt in keinem Falle die Möglichkeit hat, einen irgendwo deposeitig ins K.O. zu setzen. Ja, also, also zu grillen, meine ich. Nicht in den K.O.-Schein auszustoppen, sondern wirklich richtig einen zu grillen, das sollte, sollte man nicht machen und das machen leider viele. Und darum ging es mir am Freitag ein bisschen, ähm, zu sensibilisieren, dass man da einfach am Risikomanagement achtet und versucht, mit dem Markt zu gehen. Das heißt, auch nicht in eine Abwärtsbewegung die ganze Zeit long reinzuhandeln, nicht in eine Aufwärtsbewegung die ganze Zeit short reinzuhandeln. Ja, das ist natürlich sinnbildlich, auch abwärts zu sehen. Ja, viele, die sagen, okay, ja, Martin, du hast ja recht, ich handle künftig nur noch long, aber das ist ja gar nicht gemeint. Das ist ja gar nicht gemeint. Man darf ja short gehen, aber eben, wenn die Signale kommen, mit dem Markt dann drin. Ja, nicht die ganze Zeit dagegen und dann immer nur Minuspositionen auszusetzen, das funktioniert auf Dauer nicht, auch wenn es sich hier vielleicht am Freitag mal gerechnet hat. Ja, das ist ausnahmbestätigend die Regel, das ist wie überall. Freunde, macht was draus, wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Nachdem, tschüss. Alles klar